Dass Fußball Emotion und Leidenschaft ist, das haben wir schon immer gewusst. Auch, dass es nicht immer gerecht zugeht. Also geht es für die Rückspiele der Relegation nochmal alle Kräfte zu mobilisieren. Stimmlich bei uns und für die Eintracht auf dem Rasen. Dann könnten wir es packen, das kleine Fußballwunder von Braunschweig. Ich bin sicher, fast ganz Fußball-Deutschland drückt uns jetzt erst recht die Daumen. Auf geht's Eintracht. Alles geben, eins ist klar, wir sind jetzt schon stolz auf euch. Einmal Löwe, immer Löwe. Ich bin sicher, wir sind schon stolz auf euch.